Lesen Sie zunächst die Aufgabenstellung sorgfältig durch und listen Sie anschließend die gegebenen Größenwerte mit Formelzeichen auf. In unserem Fall ist die Masse der Luft gegeben. Bestimmen Sie nun das Formelzeichen der gesuchten physikalischen Größe. In unserer Beispielaufgabe wird nach der Teilchenzahl n gefragt. Suchen Sie jetzt in der Lerneinheit nach einer Formel, in der die gesuchte physikalische Größe vorkommt. In unserem Beispiel werden Sie dabei auf die folgende Formel stoßen. Bitte notieren Sie diese Formel. Anschließend müssen Sie die Formel so lange umformen, bis auf der linken Seite nur noch die gesuchte Größe steht und sich auf der rechten Seite nur noch bekannte Größen befinden. Im vorliegenden Beispiel muss die Formel nicht mehr umgeformt werden. Die gesuchte Teilchenzahl n steht auf der linken Seite. Die auf der rechten Seite stehende Avogadro-Konstante ist bekannt und die Stoffmenge n lässt sich über die gegebene Masse der Luft berechnen. Die Beziehung zwischen der Stoffmenge und der Masse eines Stoffes finden Sie ebenfalls in der Lerneinheit. Notieren Sie sich diese Beziehung. Formen Sie nun die Formel so um, dass auf der linken Seite nur noch die gesuchte physikalische Größe n steht. Die Größen auf der rechten Seite sind bekannt. Die Masse ist in der Aufgabenstellung gegeben und der Stoffwert für die molare Masse von Luft kann in einer Tabelle nachgeschaut werden. Nun können wir unsere Ursprungsformel so umformen, dass auf der rechten Seite nur noch bekannte Größen stehen. Anschließend werden alle Größen mit Zahlenwert und Einheit eingesetzt. Dabei sollten möglichst nur SI-Basiseinheiten oder abgeleitete SI-Einheiten eingesetzt werden. In unserem Beispiel ist die Masse der Luft gegeben. Den Wert für die molare Masse von Luft können wir Tabelle 2 entnehmen. Die Avogadro-Konstante finden wir in Tabelle 1. Nach dem Einsetzen in die Formel ergibt sich folgendes Bild. Die Einheiten werden so weit gekürzt, bis nur noch die Einheit der gesuchten Größe übrig bleibt. Erst jetzt werden die Zahlenwerte in den Rechner eingegeben und der Zahlenwert der gesuchten Größe berechnet. Das Ergebnis wird zweimal unterstrichen. Ein Kilogramm Luft enthält 2,08 mal 10 hoch 25 Moleküle. 1. Untertitelung des ZDF, 2020